Keine Energiepreispauschale für gesetzliche Unfallrentner oder doch? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 9.12.2022 eine Mail bekommen. Sinngemäß geht es darum, dass ja das Thema Energiepreispauschale immer noch heftig diskutiert wird. Und hier der Kunde oder der Anfragende hat wohl aufgrund eines Arbeitsunfalls eine Erwerbsminderungsrente erhalten, die aber im Auftrag der Berufsgenossenschaft über den Postrentendienst an mich ausgezahlt wird. Und nun möchte dieser Kunde wissen, ob er hier einen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale, die ja am 7.12.2022 schon in großer Menge ausgezahlt worden sind, hat. Denn er hat das Geld nicht erhalten. Ja, also ohne direkte Unterlagen kann ich da also relativ wenig sagen. Ja, ich müsste erst mal wissen, ob Sie tatsächlich eine Rente wegen Erwerbsminderung bekommen oder eine verletzten Rente. Also laut Sachverhalt, so wie ich das jetzt ja mal sehe, bekommen Sie tatsächlich oder wahrscheinlich eine verletzten Rente, weil Sie beziehen das ja mit den Worten Erwerbsminderungsrente von der BG. Ja, also die Berufsgenossenschaft stellt aber keine Erwerbsminderungsrenten aus, sondern wenn überhaupt nur verletzten Renten. Und diese können selbstverständlich auch über den Postrentenservice ausgezahlt werden. Das ist gar kein Problem. Wenn es sich hierbei bei Ihnen um eine verletzten Rente handelt nach dem SGB VII, haben Sie keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner, weil die verletzten Rente als steuerfreie Rente von dem Anspruch auf diese 300 Euro Energiepreispauschale ausgeschlossen sind. Wenn Sie aber parallel noch zur verletzten Rente eine Erwerbsminderungsrente nach dem SGB VI bekommen, dann hätten Sie tatsächlich Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Also bitte prüfen Sie in Ihren Rentenbescheid, wer den ausgestellt hat. Wenn es die Berufsgenossenschaft war, ist es eine verletzten Rente. Wenn es aber die gesetzliche Rentenversicherung war, die den Bescheid ausgestellt hat, den Rentenbescheid, dann ist es eine Rente wegen Erwerbsminderung und dann dürfte Ihnen, wenn Sie am Stichtag 1.12.2022 die Rente bezogen haben, also ausgezahlt bekommen haben und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, Ihnen die 300 Euro Energiepreispauschale zustehen. Für diesen Fall bitte noch abwarten bis Anfang Januar. Da soll es ja nochmal eine zweite Auszahlungswelle geben. Wenn da nichts kommt, müssten Sie dann gegebenenfalls, wenn es sich um eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente handelt, hier einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum stellen zur Auszahlung beginnend ab dem 9.01.2023 bis spätestens 30.06.2023 Antrag stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.